ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu rohblogs heute mit dabei sind warte ich muss mich mal kurz drehen wie sie und ich und wir haben einen tambo hinter stecken und wir haben es mit der lüge mit der lüge mit der lüge sandburg schnell trampeln da versteckt hallo könnt ihr immer wieder auf mich warten er ist so das ist chronisch heute ist es chronisch gemein schon bei den wolken oder so ich warte mal einen raum weiter ich habe zwar schon den klopf gefunden aber ich warte ich habe nichts zu sagt es ist dass wir ziemlich bodennah wie unser niveau und nicht an der roten sachen nicht an der roten sachen ist der kompon mit der länge du bist ganz nah dran jetzt gehst du wieder weg siehst du ihn siehst du ihn die ich komm die raus das bücher so voller und das ist das finde ich geil Mensch das ist wirklich viel rot hier ich bin verwirrt das ist die Verwirrung ist verwirrt finde den Knopf ich bin ein Ei ich auch wo soll der denn sein wenn ich das wüsste mach das so es ist viel besser ok selbst von hier oben sehe ich es nicht wo ist der Knopf ich habe keine Ahnung irgendwo in den Eiern drin aber das wäre echt fies ich habe ihn hä hä oh ach auf der Ecke ich war schon fast dran Fußball hey steh mir nicht im Weg rum oh die zwei sie sind festgenommen Pum Pum im Arsch geschossen da werdet ihr in die drauf kommen da werdet ihr in die drauf kommen ob ihr das noch bekommen ich bin auf dem Mond ich ertrink oh das war ein piece ich habe es gefunden kommt in die knapp nicht ran weil ich immer wieder auftauche hallo keine knappe schuld auch kurz gruppen palum 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 ah ok hm oh oh Gott ja er hat den abbild aber ich hatte erst drücken wenn du die knöpfe alle gedrückt und ein bisschen mein freund sein mit diesem freund sein mit dem freund sein ich habe auch gerade ist mit dem freund ein Ich hab einen Hammer gefunden. Ja, oh, Christana. Oh, Minecraft. Hm, Graffiti. Spiderman. 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 Solange du dich Batman bist, ist alles gut. Ach du Kacke. Na super. ich bin eine biene das sieht überfahren und leicht angerüstet entschuldige ich bin eine palme wir sind einfach zu guck es dir an guck dir den baum an hier ja und wie das viel aussieht als hätte man es angebrutzeln und rübergefahren gegen simulatoren dabei aber im food simulatoren l Albion ��릴 donne wie eine andere stand ein vogel so oft ich habe mir schon gedacht das muss sie hochkommen das ist ein irgendjemand wird zum punkt kommen ich bin mal an alle drei wollen also drei die punkte ich habe ihn gefunden ich hatte die nicht gefolgt doch 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 ich bin denn die okay wie seid ihr da denn hochgekommen ja aber hier oben ist nichts so wie weit war auch nichts bei der uhr ist nichts bei dem drehding ist nichts da muss was sein es sind offen hier aufs bett schatzi und dann ja du bist über die rausschule und dann das loch da sind das ein riesen eier dann hierher ich bin schon durch ich warte jetzt aber bei mir war es die nase vom bär bei mir auch okay das ist mir ich sag jetzt nicht das ist ein bug das kommt so ein ach ne jetzt kommt er die siehst du war jetzt nicht so lang 13 minuten anscheinend ich bin mir da noch obi okay dass wir hier sind aber dass sie nicht reingekommen ist in dieser hobby zu arbeiten ja okay er ist zwar er ist zwar in derselben obi aber nicht den selben server okay ich bin gestorben okay wieder herrlich warum ich wusste nicht dass man in die türe muss kopf davon jetzt hast du dich angeschlossen jetzt bist du bei uns ich stehe auf einer es Die D e t 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 Mann Danke Shaffee Checkpoint ich wurde gefressen durch die speiserohre warum bin ich tot was berührt hast ach so wir müssen warten bis das weg ist okay jetzt coca-cola auf die oma okay die teile darf man nicht berühren was genau muss man hier machen ich bin verwirrt auch finde den richtigen natürlich welche tür müssen wir nehmen welche tür müssen wir nehmen ich bin doch auch im knochen gewesen und die nehmen und die nehmen nein das war schon wieder die falsche oh mein gott und das mal wie andere youtube das ist passiert darf die knochen nicht berühren ach so ich habe gedacht man muss auf die knochen rausspringen ich habe mich mal zusammen ob sache den klamotten haben es geschafft die den letzten wochen jedoch kommen club oh mein gott ich bin ein kackehaus warum ich hab dich nicht berührt immer mit der ruhe ich schaffe das dann kommt die kacke warum bleibt da stehen wenn ich laufe ich warte hier oben auf den hintern raus ich möchte gerne im badezimmer bleiben ich will das nicht hinkriegen alles gut wieso wollte ich aber nicht das weiß ich nicht aber ich weiß dass da ganz große hausen ich da heißt das kaputt nein was können wir jetzt noch machen schön dass er auch bein schreiben übersetzt anstatt das gleiche in deutschen schreiben die letzte kacos habe ich nicht gesehen wie war kann ich denn bitte schön springen rüber gesprungen geht doch nicht hin mit den kacken würstchen nicht nach vorne drücken springen doch einfach mani 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 wir können nicht springen ok mani so die roten davon dann steht nicht drauf das hat sie ist da mani läuft also voll verjagt ich weiß übrigens das ist wunderschön mani 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 das kasse nein ist schon wieder auf kacke ausgerutscht oder was ich bin schon bei der straße und jetzt ab in schwarze loch auch ich bin schon wieder auf ist es eine jetzt meine also das ist ihr selbst andere das alles du du 1 1 gleich stehst du dich gleich hallo 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 wir freuen uns wir freuen uns wir freuen uns im kleinen schrottsammer ich bin tot 2 habe ich nicht gesehen nein warum bin ich wieder runtergefallen muss er umgucken danke du hast gesagt müssen dahin auf jeden fall dass alle unsere einzelteile gemacht nein doch jetzt geschafft sie hüpfen ein bisschen weiß ja 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 welche tür müssen wir gibt es in der tür müssen wir irgendeine tür durch die alte schon wieder ein lieb zu ihr ich weiß so lieb heute zu dir bei den hintern abgeschnitten ja das habe ich mir gedacht wenn ich mich jetzt wo sie den klopf drücken das wird die knopft holen sind die kiste darin das haben wir gedacht dass man das stimmt aber wie kommt man denn darüber woher schlubber woher w und woher 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 also man muss dagegen drücken und dann muss man gleich überlaufen ganz ruhig tief durcharmen kann man nicht ein sodapool ich bin schon ein bisschen weiter gelaufen aber noch ein bisschen ein bisschen ja ja das sind ja auch eine kleine level er schafft das ich warte auf chrissy von kreis kann das seite nicht sehen ich bringe einfach doppel der idiot wir sind gut klücher wo will mein kopf denn ich habe keine ahnung doch man muss war und den ja 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 super dann muss ich das nicht drücken doch jetzt und dann bist am ende springen ja super gut gemacht der rüber laufen 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 ja super mr bürger muss ich auch einsetzen oh ja auch vollständig ich habe gewonnen aber die man nicht richtig runterrutschen kann ich will rutschen es kipps store obi berührenden peter es kipps restaurant 1 bottom das kippte ja ist auf jeden fall irgendwelche häuser oder sowas was ist das denn die obi ist häuser ich sehe nur wolken auch da ok welche wollen wir denn hier keine ahnung findet band haben wir schon es kippte pool obi es geht ich würde sagen tun oder ich glaube pool haben wir noch nicht doch bei mir hat es so alles gleich geben denn sehen wir uns in der nächsten folge wieder